Einmal nur mit Erika In einem roter Luftball Naja, tut mir leid, war natürlich das falsche Video, das hier ist schon ein paar Jahre alt. Mittlerweile hat sich Hubert K. aus der Zwangsjacke der neuen deutschen Welle befreit. Er ist sogar als geheilt entlassen. Und jetzt heißt es, Kamerad K. antreten zum Singen. 1, 2, 3, 4. Welcome Machine Gun. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 3, 4. 1, 3, 4. 1, 3, 4. 1, 3, 4. 1, 3, 4. 1, 3, 4. 1, 3, 4. 1, 3, 4. 1, 4. 1, 3, 4. 1, 4. 1, 4. 1, 4. 1, 4. 1, 4. 1, 5. 1, 5. 1, 5.